Es war eine Schnupftermaktose, die hatte Friedrich der Große sich selbst geschnitzelt aus Nussbaumholz, und darauf war sie natürlich sehr stolz. Da kam ein Holzwurm gekrochen, der hatte Nussbaum gerochen. Die Dose erzählte im Lang und breit von Friedrich dem Großen und seiner Zeit. Sie nannte den alten Fritz Generös, da aber fuhrte der Holz vor nervös und sagte, indem er zu bauen begann, »Was geht mich, Friedrich der Große an?« WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR